So Leute, willkommen zurück zum nächsten Diablo 3 Part. Ihr habt es mitbekommen im letzten Part, bevor wir jetzt hier den Speicherpunkt unten machen, machen wir doch schnell die Karte ganz auf. Weil ihr kennt das ja, weil wir müssen hier nach aufhören. Wenn man dann aufhört und den Spielstand neu lädt, ist die ganze Karte wieder weg. Das ist scheiße. Ne? Ja. Ja. Das ist sehr traurig. Oh, 25 Gold. Die nehme ich doch noch mit. 6 Gold. Unbedingt mitnehmen. Ach, du bist schon wieder dran. Ja, mach ruhig. Ja, ich mache jetzt noch Speedrunning. Komm. Speedrunning. Ach naja, lass mich gerade mal hier oben. Die kleine Ecke noch. Ich glaube, was steht. Wie die kleinen Chinesen hier in zwei Stunden durchgespielt haben. Ach komm, auf die zwei Gold. Ich scheiße auf die zwei Gold. Was sagst du dazu? Du bist sehr, sehr großzügig. Meine Freundin ist klasse. Die ist gerade am Abstauben und alles. Echt? Ja. Muss ich mal der Frau immer sagen. Das machst du schön, Schatz. Auch unter der Couch, ne? Ach du Scheiße, ey. Kabäms. Oh, ich habe was gefunden. Hör mal, ich habe ein 44er Schulterschutz. Allerdings nicht magisch. Ist mir lappel, komm. Wie siehst du eigentlich aus? Ich? Ja. Seit wann hast du so einen roten Umargel? Den habe ich schon die ganze Zeit, du Spack. Echt? Warum läuft der Zeiland? Da waren wir noch schon. Hallo? Aua, 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 aua. Jetzt komm. Ich muss mal gerade einen Heilfrank. Warum? Ich kann dich auch heilen. So, guck. Nee, wollte ich nicht. Ich kann auf deine Heilung verzichten. Können wir jetzt. Bist du fertig da oben? Immer das gleiche mit denen, ey. So. Oh. Ach, da unten noch. Dann haben wir die Karte, ne? Ja. Oh Schatz, mein Bier ist gleich leer. Oh, ich werde böse angeguckt. Warum wirst du böse angeguckt? Weißeschnitt? Was soll denn da? Hau die malen. Ist doch ganz normal, wenn der Bier leer ist. Bauern aus 4 Uhr hinzugehen. Oh, ich werde auch so sagen. Wie, deine Last ist zu groß. Dann schmerzt du mal ein bisschen was von der Scheiße weg. 17. Ja, hier ist eine geile Waffe. Komm her. Hier. Richtig gut. Ja. Nee, die heb ich jetzt gar nicht auf. Hast du doch gerade. Ich habe genau gesehen, dass du sie kurz aufgenommen hast. Ging mit, weil ich bin voll belastet. So, komm, hier waren wir schon. Das hier ist echt mal Speedrunning. Oh, du rechts, links oder was? Ja, so ungefähr, ne? Wer zu wissen, was da hinten ist oder was? Erster. War da hinten und was? Ja, Gold für dich. Ich muss noch mein Gold von dir aufsammeln. Ich renne jetzt einfach mal durch die Flammen durch. Ist mir gerade mal egal. Du bist schon unten. Achso. Oh. Oh, verdammt, ich trage zu viel. Oh, ein Gold. Ein ganzes. Hä? Ich habe genug von euren faulen Ausreden, dass die Dörfer aus dem Hochland der Flohlen sind, dass nun keine Opfer mehr zu unten sind. Danke. Komm, hinten steht noch ein Pult, ne? Hör mal, Ruhe. Ich hab mich schon längst geholt. Meinst du, warum ich gesagt hab? Keine Ahnung. Vielleicht meinst du die Frau. Ja, ja. Heil mich mal. Na, komm mal zu mir. Du musst schon bei mir in der Nähe, sonst bin gehalten. Beeil dich doch mal. Ja, ja. Und? Hm? Ja? Hm, hm. Oh, ich hab einfach ein Eilbrunnen hier. Ja, ist gut. Ich hab die zwei Gold jetzt doch geholt, ne? Alter Sparfuchs. Gut, Leute. Jetzt gehen wir gerade mal vorne hin. Da müssen wir ein kleines Break machen. So, da haben wir jetzt die Karte noch aufgedeckt. Hier war der Speicherpunkt. Hier bei dem riesen Blutfleck. So, Leute. Wir machen, wie gesagt, ein kurzes Break. Das ist korrig.